Wir sind vor zwei Tagen in Kolding angekommen und konnten direkt von unserem Stellplatz den traumhaften Fjord befischen. Strukturreiche Uferbereiche und unscheinbar tiefe Buchten sorgten dafür, dass wir die ein oder andere Fjordforelle überlisten konnten. Dazu aber mehr im nächsten YouTube-Video. Heute gesellten sich mächtig verspätet die ersten Hornhechte dazu und lieferten uns eine starke Frequenz. Auch die Meerforellen spielten erneut mit. Kleine Baitfischschwärme wurden von den Räubern ans Ufer gedrückt und wir räumten ab. Morgen geht es an einen Puttentake zum Forellenangeln. Unseren Stellplatz wählten wir dementsprechend in der Nähe. Bis morgen.